Ich habe Level 200 erreicht, hepp hepp pura und kann die letzten 5 Styles, die Super Styles meines Battle Pass freischalten, Datengeister nennt sich das. Die Seite 6 der Bonusbelohnung, das ist die Maschinistin im Stil von Datengeist. Sieht nicht schlecht aus, ne? Lila Haare, wuhu, herrlich. Diese Datenandeutung, die haben übrigens alle lila Haare, also auch die Farbmarodeurin jetzt hier, kommt auch mit lila Haar. Und ja, einige Komponenten, die haben halt so eine Karus drin, ne? So einen leuchtenden Karus, die sich allerdings auch nicht plastisch bewegen. Sie sind als Bild im Image drin, also im Skin, leider. Die drehen sich nicht mit. Deswegen sind sie nur bedingt schön, finde ich. Aber ja, sie ist egal, sie haben was hier, eher mit lila Helm, der Rust. Ja, völlig lila, Datenlila, kann man sagen. Ansonsten weiß, sind sie alle noch in weiß gehalten. Klar, sie haben ihre Hautfarbe und dann kommt Klamottenweiß und Datengeistlila. Was soll ich sagen, lila und pink? Plastisch. Ja. Er hat übrigens keine pinken Haare. Auch hier, Scar hat keine pinken Haare, sie hat bunte Haare. Das bleibt bei ihr, die Mähne. Trotzdem ist sie im Datengeist-Look, wie die anderen auch, ne? Weiß gehalten, weißes T-Shirt. Ist ja hier mein Favorit. Coole Brille übrigens, immer noch. Bleibt cool. Mit den Boots, die auch Datengeist-mäßig sind. Ja, gefällt mir. Und jetzt kommt natürlich der Chef hier, ne? Völlig weiß mit seiner Nitro-Rüstung. Und dann auch so lila Maske, lila Haare, man bemerke es. Und das Nitro ist auch lila, Datengeist lila. Schwabert es da durch seine Röhren, durch seine Schläuche und so. Ja, das war jetzt die Seite 6 der Bonus-Belohnung. Und die letzten 5, ja, Styles für mich. Für mich ist der Battle Pass jetzt abgeschlossen. Level 200 ist dann auch vorbei. Wir sind gespannt auf den nächsten Battle Pass. Geht ja auch bald wieder los, ne? Ne neue Season. Bis dann. Ciao. Ciao.